Es gibt Kernelemente, die die Grundlage des Buddha Dharma bilden. Das wissen wir, oder die meisten von uns. Ich zähle dazu die drei Juwelen Buddha Dharma Sangha, sowohl Buddha in uns selbst, oder Buddhi in uns selbst, wie auch außerhalb vom Historischen bis zum Universellen. Universalen Buddha und so auch den Lebensweg des Dharma, die Lehre, sowie die Gemeinschaft jener, die sich auf den Weg machen. Seit mehr als zweieinhalb tausend Jahren immer wieder, immer neu und dadurch den Dharma lebendig halten. Und dadurch Buddha für uns jederzeit zu jedem Punkt verfügbar machen, wenn wir uns dafür öffnen. Wenn wir diese Energie, die einen Buddha ausmacht, Energie der Achtsamkeit, in uns immer wieder neu aufbauen, stärken und dies zum Ausdruck bringen durch unser Tun, unsere Kommunikation und unsere Gedanken. Weiterhin die vier edlen Wahrheiten und daraus die vierte edle Wahrheit, den achtfachen Pfad, der auf den Säulen der selbst aus eigener Überzeugung gewählten Ethik auf Meditation und Weisheit, also tiefen Schauen beruht. Eine weitere Grundlage des Buddha-Dharmas sind die drei Daseinsfaktoren oder Daseinsmerkmale. Die Tatsache, dass alles nicht von Dauer ist, sich also ständig verändert. Die Tatsache, dass es kein isoliertes, selbstständiges Ich gibt, sondern nur in unserer Vorstellung. Und das ist überprüfbar. Und die Tatsache, dass es eine nirvanische Qualität gibt, eine zweite Dimension innerhalb unserer Wirklichkeit, die neben der relativen historischen Dimension eben auch gleichzeitig und miteinander verwoben, die transzendente, die nirvanische Dimension des reinen Landes besitzt. Die gleiche Wirklichkeit und daher beides jederzeit verfügbar und das eine ohne das andere wäre nicht möglich. Und so ist auch das Rat des Lebens, das Lebensrat, unser Leben, eine Basis für den Buddha-Dharma, sozusagen buddhistisches Urgestein, das in allen Traditionen Gültigkeit hat, nicht nur an dem Beispiel, an dem ich jetzt einiges exemplifizieren will heute, des Vajrayana oder der tibetischen Prägung, das hier stammt aus Bhutan, ursprünglich das Original, sondern auch in allen anderen Traditionen. Ich wollte deshalb mich berufen auf die Tatsache, dass Ayakema in der Theravadischen Tradition, wie im Buch Morgenröte im Abendland, diesen Weg, den weltlichen und wie sie es nannte, den überweltlichen Weg zur Freiheit, zur Befreiung hin und zugleich ganz tief verbunden mit unserem Alltag aufzeigt. Das Gleiche gilt natürlich noch in besonderer Weise für unsere Freunde aus der Vajrayana-Tradition. Und dazu erwähne ich jetzt nur beispielhaft das Buch von Dalai Lama, Die Lehre des Buddha vom Abhängen entstehen, wo es sehr dezidiert einiges zu dem Thema ausführt, was eben tibetisch geprägt, aber nicht abweicht von anderen Traditionen im Grunde. Nur die Form der Darstellung und Annäherung ist ein wenig unterschiedlich. Und das Gleiche gilt auch für ein Buch, wie es beispielsweise von Cheekyam Trunkpa erschienen ist, Das Spiel der Illusion, der Verwirrung und der Verblendung. Und auch das ist wieder eine sehr überzeugende Darstellung aus tibetischer Sicht, eines großen Meisters, der zweifellos Cheekyam Trunkpa war. Und bis hin zum Western Buddhist Order, also der etwas moderneren und westlichen Auffassung, die aber auch auf der Grundlage der buddhistischen Aussagen, der frühen buddhistischen Aussagen basiert, wo in seinem Wegweiser Buddhismus ein langes Kapitel, auch Sankarakshita also, der dem Patitscha Samudbada, der Kette des bedingten Entstehens, widmet. Ihr seht an diesen wenigen Beispielen, ich könnte dann noch Lama Anagarika Gowinda und viele andere in dem Zusammenhang anführen, die uns das dargelegt und erläutert haben, dass es also traditionsübergreifend ist. Und dies nur als ein Beispiel dient, weil dieses Lebensrad durch seine Darstellungsform uns besonders anschaulich und einprägsam die wichtigen Elemente aufzeigt, um die es dabei geht und die wir anschauen sollten, wenn wir es immer in Verbindung bringen zu unserem eigenen Leben und zu dem, ob wir das ebenso erfahren, ob das für uns die gleiche Gültigkeit der Aussage hat, wie für jene, die sich danach orientieren. Ich möchte eine historische Geschichte vorher noch erwähnen. Ich habe damals vor Jahren mal geschrieben, dass vor etwa zweieinhalb tausend Jahren sich Siddhartha Gautama im Wald nahe der nordindischen Kleinstadt Uruvela unter einem Ashata, wir nennen das heute Bodibaum, niedergelassen hat. Er war fest entschlossen, diesen Ort erst zu verlassen, wenn es ihm gelungen war, sich aus dem leidvollen Kreislauf, aus dem Kreislauf von Leiden, Schmerzen und immer wieder eingegrenzten, schwierigen Situationen, aus diesem Kreislauf von Leben, Sterben und wie immer wieder Werden zu befreien. Das war sein fester Entschluss und seine Beharrlichkeit, seine Konsequenz, Disziplin. Er trug Früchte, weil in der Vollmondnacht des Monatswässer als sein Geist aller Verunreinigungen, so heißt es in den Texten, ledig, sanft, gefügig, fest und ohne Wanken geworden war, richtete er der 35-jährige Sohn eines Fürsten, des Rajas von Kapilatu, die Achtsamkeit auf seine früheren Existenzen, die in seinem Leben Strom auftauchten, wobei dieses Seine in Anführungszeichen zu setzen ist, sondern es sind Erfahrungen in einem Geistestrom, die eben sich da zusammenfanden und in der Manifestation des Buddha auftauchten. Das war in der ersten Nachtwache, also zwischen 9 Uhr am Abend und Mitternacht. Und in der ersten Stunden des 9 Tages während der mittleren Nachtwache erkannte Siddhartha dann das Naturgesetz von Ursache und Wirkung und auch der scheinbar unauflösliche Mechanismus, Automatismus, der die Wesen an den Kreislauf von immer wieder werden fesselt. Und das hat sich dem meditierenden Buddha gezeigt. Und dann habe ich ja gesagt, dass wir uns heute mehr dem klassischen Modell, nämlich diesem Kreislauf des Werdens und des Leidens zuwenden wollen, um dann morgen dazu überzugehen, die transformatorische Kraft, die uns durch die Praxis möglich ist, zu sehen, nachzuspüren und zu entdecken, wie dieser Kreislauf des Leidens weitgehend zumindest und flüchtiger Freuden und noch flüchtigere Glücksempfindungen, die wir natürlich auch erleben dürfen, wie der sich verändern lässt. Verändern auf einen Weg zu mehr Freiheit, auf einen Weg zur Befreiung, zum Freisetzen dessen, was in uns unzerstörbar als Potenzial der Erleuchtung schon vorhanden ist, dem Bodhichitta, so nennen wir es. Wenn wir also bei der klassischen Darstellung bleiben, sehen wir hier Yama oder Yamantaka in einer nicht gerade sehr freundlichen Darstellung und mit Krallen als Herr des Lebens, dieses Rad des Lebens haltend und klammernd. Er ist nicht nur eine furchterregende Gestalt, er hat das Auge der Weisheit, er weiß um die Leerheit der fünf Skandas, der Elemente, das ist die Krone, aus denen wir uns zusammensetzen, also Körperlichkeit, Bewusstsein, Er ist insofern ein Buddha, der diese Form annimmt, um hier zu demonstrieren, dass dieses Rad des Werdens sehr viel Gifte und sehr viel Leid enthält. Im Wissen darum, mit der Weisheit ausgestattet, dass es jeder von uns verändern kann und transformieren kann, jene Elemente, die in diesem Rad enthalten sind. Und was treibt dieses Rad ständig an? Unaufhaltsam, seit es sicher den Homo Sapiens, vielleicht schon den Homo Erectus gibt. Was treibt es an? Jene Narbe ist angefüllt von Gier, in dem Fall symbolisiert durch einen Eber, von Gier, von Durst, von Begehren, ergreifen. Tanaa. Und ist erfüllt mit Kleschas, wir nennen das Befleckungen, von Wahn, Klammer, falsche Vorstellungen, falsche Ansichten. Von Stolz und Zweifel, Selbstzweifel, zugleich aber auch Stolz und Arroganz oft. Und wie es in den Texten heißt, auch von Schamlosigkeit und Gewissenlosigkeit. Die zusammen mit diesem Begehren und Greifen jenes Festhalten und jene Giersituation erzeugen und somit ein starker Impuls für das Drehen des Rades sind, wie auch hier durch die Schlange symbolisiert, daneben der Zorn, der Ärger. Unsere Wut bis hin zu unserem Hass. Dosha. Das ist das zweite Element, dieses Aggressionspotenzial in jedem von uns, das jederzeit auch aufbrechen kann, wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir mit Fremden in Kontakt kommen, wenn wir Angst bekommen vor Unsicherheit und Situationen. Und wer Angst hat, schlägt um sich. Und dieser Zorn, der Ärger, der Hass, ist das zweite Element, das das Rad antreibt. Und ebenso, in dem Fall durch den Hahn dargestellt, das sieht aber mehr aus wie ein Pfau, ich kann da keinen Hahn erkennen, aber es soll ein Hahn sein, ist das dritte Element, nämlich die Unwissenheit, oft auch mit Neid definiert. Und diese Unwissenheit sieht nicht die Chance zur Befreiung. Sie ist in der totalen Täuschung über die Wirklichkeit. Sie hat keine Ahnung vom Gesetz des Karma, keine Ahnung von den vier edlen Wahrheiten, keine Ahnung von den zwei Ebenen der Wirklichkeit. All das ist nicht bekannt, sondern da bin ich und dort ist der Rest der Welt und ich muss schauen, wie ich durchkomme. Das ist ein tragendes Merkmal von Unwissenheit und auch der Neidsituation, die man so leicht in dieser heutigen Gesellschaft insbesondere auch wecken kann. Und da gibt es sehr subtile, aber auch sehr massive Tricks, das zu erreichen. Insofern sind dieses Haben-Müssen und Festhalten, das Ablehnen und die damit verbundene Aggression und der Hass und das Nichtwissen über das, wie diese Welt beschaffen ist, was in uns allen existiert, wie sehr wir miteinander verbunden sind. Das Nichtwissen von dem Intersein. Drei immens starke Kräfte, Energien, die diese Narbe antreiben und dieses Rad der leidvollen Situation anrollen lassen. Immer wieder, immer neu. Für jeden von uns. Im Leben feststellbar, wenn wir das überprüfen. Der Ring, der sich um diese Narbe schließt, ist eine Spezialität an so tibetischen Freunde, die sonst in den anderen Traditionen weniger vorkommt. Das ist hier nur gezeigt, wie es einen Weg daraus geben kann, zu heilsamen Tun, hin zu einer Befreiungssituation, das ist also diese weiße Seite mit lauter so heiligen Monestics drauf, Mönchen und Nonnen. Und auf der anderen Seite, diese schwarze Seite, wie negatives Denken, unheilsames Tun, ständig in diesem Kreislauf drin zu bleiben, eben zu einer immer schwierigeren Daseins-Seins-Situation führt. Und das ist eine Möglichkeit, daran noch mal zu erinnern. Aber wie gesagt, es ist nicht in allen Traditionen in der Form bildhaft dargestellt. Naja, und dann kommt das Rad selber mit seinen Speichen und in den Segmenten dieser Speichen eben jene sechs Lebensbereiche, die da aufgezeigt werden. Es gibt bei einfachen Menschen die Vorstellung, dass es wirklich Lebensbereiche sind, in denen man geboren werden kann, jeder von uns, und sich dann eben während seiner Manifestation, seines Lebens da oder dort aufhält. In der Zwischenzeit ist die, nicht nur unsere, sondern auch die Auffassung in Asien immer stärker geworden, dass es sich um einen psychologischen Aspekt handelt dabei, nämlich jene Lebensbereiche ist das zu sehen, was in uns existiert, worin wir uns befinden, immer wieder, jeden Tag, und dass diese Lebensbereiche auch wechseln können, innerhalb des Tages. Mit anderen Worten, wenn ich im Bereich der Götter, der also der großartigste und schönste Bereich ist, mich aufhalte, dann weiß ich, dass es Situationen gibt, die ich am liebsten festhalten würde, weil sie gerade so schön sind. Und alles passt. Und es geht mir gerade so gut. Und möge doch nie eine Änderung eintreten. Es ist einfach great, nicht großartig. Und das wäre so etwas, was man mit einer göttlichen Situation vergleichen kann, wobei nach der buddhistischen Lehre auch die Götter ja absinken und wie es so schön heißt, zu stinken anfangen und auch altern und vergehen. Das heißt, dass auch da keine Konstanz und ständig gleichbleibende Situation ist. Naja, wenn wir das mit unserem Leben vergleichen, stellen wir auch sehr leicht fest, dass wir in den Götterbereichen uns nur sehr kurzfristig, denke ich, aufhalten können, weil es eben die anderen Situationen auch gibt. Und zwar die, beispielsweise der Asuras, die da links von einem Götterfeld sich aufhalten, jene kämpfenden, massiven, nach Macht, nach Ruhm, nach Anerkennung, kämpferisch strebenden Wesen, die wir in der Wirtschaft und nicht nur da häufig finden, mit viel Ehrgeiz, mit einem Versuch, sich mit seinen Ellbogen durchzusetzen, auch zulasten anderer und einfach eine kämpferische Situation nach Erfolg, nach Position, nach Einfluss und Macht, auch in der Politik, wo immer wir hinschauen, finden, dann bin ich in der Asurasituation der Gegengötter, die ständig am Kämpfen sind, um voranzukommen, davon gerade zu zerfressen werden. Ohne Rücksicht auf Familie, ohne Rücksicht auf Verfügbarsein für die Kinder, ohne Rücksicht auf Mitmenschen, Angestellte oder was immer es sein mag. Diese Beispiele nach Geld, Macht und Ruhm sind sehr breit und das ist eine Situation der Titanen oder der Asuras. Und wenn wir in dem Lebensbereich sind, dann geht es uns also nicht so arg gut, denke ich, bei den Erfolgen, die wir vielleicht dabei erreichen könnten. Erfolge in Anführungszeichen. Der dritte Lebensbereich ist dies der Menschen. Der Menschen, die ständig erfüllt sind mit Ängsten, mit Sorgen, mit der Vorstellung, dass ein Tod kommt, der in ein schwarzes Loch führt und wo es dann zu Ende ist, die also nach linearen Konzepten den Anfang und das Ende eines Lebens betrachten, die vom Egoismus, von dem Ich da und dort, die der Rest der Welt besetzt sind, das ständig schützen wollen, nach Sicherheit bedacht sind und die einer mühenvollen, oft sehr arbeitsamen und belastenden Leben verlernt haben, zu sein, sondern nur noch gewohnt sind, mit Gewohnheitsenergien und Verhaltensmustern zu machen und zu tun. Welt der Menschen. Dann gibt es die drei Bereiche, die große Schwierigkeiten haben, aber auch das erleben wir manchmal öfter am Tag, dass wir uns im Tierbereich aufhalten, im Bereich der Tiere, das ist da links in der Landschaft, halblinks unten, ja, Ängste, Dumpfheit, nicht mehr klar sehen können, einfach ständig nur noch davonlaufen oder angreifen, um Stresssituationen, die uns entstehen, auf die Weise loszuwerden. und wenn wir das nicht können, dass wir angreifen, wenn wir uns gestresst fühlen und dem Erwatschen geben, auf bayerisch gesagt, und dazu nicht in der Lage sind, können wir mit dem Chef schlecht machen, dann wird das verdrängt, wieder aufgefangen, innen, und führt zu einer starken Belastung durch die Kortisonausschüttung und all das, was Stressfaktoren mit sich bringen. Wir können auch nicht davonlaufen oft, müssen da bleiben. Also die natürlichen Impulse müssen unterdrückt werden. Dann sind wir, wenn das passiert, im Bereich der Tiere. Und unsere natürlichen Möglichkeiten, die in der langen Evolutionsreihe aufgedacht sind, sind nicht da, können wir nicht ausüben. Das reicht der Präter mit dünnem Hals, dicken Bauch und Feuer, dass sie alles ausspucken, weil alles in ihnen verbrennt. Und weil sie ständig Gier in sich haben. Durst nach Anerkennung, Durst nach Liebe, Durst nach Verbindung. Jemand, den sie umarmen, dem sie vertrauen können. Aber zugleich Prätas, die auch Süchten unterliegen. Ich habe jetzt gerade einen Artikel fertig gemacht über die Süchte und die Prätas, die im nächsten Interseinheft erscheint, dieser Beitrag. die mit dicken Bäuchen immer angefüllt und doch hungrig sind, die mit einem dünnen Hals das nicht schlucken können, was man ihnen anbietet. Auch wenn man auf sie zugeht und sagt, ich bin da für dich, sehen sie das nicht oder wollen es nicht sehen. Sie können nicht akzeptieren und wählen alles ab und hungern danach zugleich. und diese hungrigen Geister, Prätas genannt, sind ein Feld, in dem wir uns, wenn Wurzellosigkeit auftritt, weil wir nicht mehr wissen, wohin und wozu, auch treffen kann. Ein Bereich, in dem wir uns auch zumindest vorübergehend in Verzweiflungssituationen, in Einsamkeit wiederfinden können. Und das letzte dieser sechs Bereiche ist der sogenannte Höllenbereich. Es gibt heiße Höllen im Buddhismus genauso wie eisige, kalte Höllen, je nachdem, wie es uns ist. Und wir können, jeder von uns, in eine höllische Situation kommen. Und damit meine ich nicht nur jene Zeiten, an die ich mich erinnern kann, in einem Lager, wo wir nicht wussten, wohin die Reise geht, die Heimat verloren gegangen war nach dem Krieg und wir in Güterwaggons abfuhren, ohne Wissen, wo wir landen werden. Es Linien war es dann, wo wir gelandet sind. Unser Transport. Und wo wir in Lagern sehr, sehr schlimme Zeiten ich damals als 15-Jähriger mitgemacht habe. 15, 16. Und es gibt die Zeiten im KZ, die Höllen sind. Und es gibt die Zeiten, höllische Situationen heute, jeden Tag, hier und jetzt. also nicht hier, aber an vielen Plätzen und jetzt in dieser Minute, wo Menschen in Höllen stecken und nicht wissen, wie sie da rauskommen können, wie sie ein wenig mehr Gerechtigkeit, Menschlichkeit finden, wie sie einmal wieder satt werden, wie sie einmal wieder ein Dach über den Kopf haben und, und, und. Ja, alle kennt das. Und jeder von uns hat vielleicht schon Höllen erlebt. Eine Hölle kann ja auch sein, wenn ich in einer Situation bin, wo ich fürchterlich eifersüchtig wäre und mich nicht davon befreien kann. Wo so starke Tendenzen da sind oder ich, ein Mensch, den ich sehr, sehr schätze und liebe, verliere und so, das kann alles eine Höllensituation ergeben, wo wir da sitzen und nicht wissen, was nun. und das sind jene sechs Lebensbereiche, die wir alle kennen und wo wir auch verschiedene, ja, wo wir in allen diesen Sektoren Erfahrungen sammeln in unserem Leben und die sozusagen sich mitdrehen mit unserem Rad des Lebens und in all diesen Zeichnungen ist dann auch ein Buddha versteckt enthalten, nämlich die Chance durch Veränderung, durch Einsicht, durch unsere Praxis, dies anders zu sehen, den Schritt zurück zu machen, Situationen anzuschauen und sowohl zu wissen, dass göttliches und glückliche Situationen ihr Ende finden und uns darauf einzustellen, lassen zu können, nicht zu klammern und festzuhalten, wie aber auch die Zuversicht und die Stärke und Kraft zu haben, auszuhalten, Situationen, die wir zu den sehr negativen, belastenden und schwierigen zählen müssen. Und noch niemand hat vermocht, diese zwölfgliedrige Kessel, äh Fessel, zu der wir jetzt dann übergehen, zu zerreißen. Es geht, und das ist eben nach diesen mehr grundlegenden Hinweisen auf die Situation, in der wir sind, ist die Kette des bedingten Entstehens in wechselseitiger Abhängigkeit. Es ist dieses Bhatidja Samudpada, wie es im Sanskrit heißt, ist die Begründung seit Beginn der Lehre des Dharma, die Begründung für Intersein. Wie alles in wechselseitiger Abhängigkeit, nicht als Absolutum, nicht für sich allein entsteht, sondern immer nur, das nur in Anführungszeichen, in Abhängigkeit von allem anderen. Und das alles andere nur existiert, weil auch ich und mein Teil in diesem Kosmos entstanden ist, wiederum Abhängigkeit aus Nicht-Ich-Elementen, die heute meine Manifestation möglich machen. Man nennt diese Gliederkette, die sozusagen am äußeren Rand des Rades es umschließt, auch die Kette des gegenseitigen Durchdrungenseins und der Verwobenheit. Gegenseitiges Durchdrungensein, in jedem Glied sind alle anderen enthalten und miteinander verwoben, untrennbar. Ein Glied für sich allein kann nicht existieren. Alle bilden ein Ganzes, durchdringen sich gegenseitig und sind miteinander verwoben. Es ist eine Aufforderung zu erkennen, jeder von uns zu erkennen, in welchem Kreislauf, in welchem Rad eingebunden sich das eine aus dem anderen zunächst mal folgernd in uns abspielt, wie Wiederwerden entsteht in uns und auf der anderen Seite zu erkennen, wie durch eine Transformation, eine Veränderung diese Qualität eine ganz andere werden kann. Etwas, das wir ab morgen und vor allem auch übermorgen miteinander anschauen wollen. heute bleiben wir bei der Abfolge dessen, was passiert, wenn wir die Kette durchschreiten und für uns selber reflektieren. Und es ist keine Spekulation, keine Philosophie, was hier dargestellt wird. Wir haben es, wie ich schon sagte, mit Urgestein zu tun, der Buddha-Lehre, und es ist das Scharnier dieses Patitscha Samudbada zwischen der Erkenntnis des Leidens sowie seiner Ursachen und der, sagen wir mal, frohen Botschaft der Möglichkeit seiner Veränderung, seiner Transformation und Überwindung. Wenn wir nur ein Glied dieser Kette knacken, sozusagen aufbrechen und verändern qualitativ, wenn alle anderen darin enthalten sind, dann haben wir diesen Prozess unseres Lebens in unserem Leben verändert und dieses Kettenrad mutiert sozusagen allmählich zu einer Spirale aus diesem eingeschlossenen Sein in einem Werdenskreislauf entsteht eine Spirale, die durch unsere Praxis und Kontinuität das freisetzt, was schon in uns enthalten ist. Das ist der Hintergrund. Das erste Feld in dem Kreis, ich werde mir erlauben, dann 20 Blätter zu verteilen, aber ich gehe erstmal die zwölf Bereiche mit euch durch. Beginnt, aber es muss nicht da beginnen, es ist inzwischen üblich geworden, man kann an jedem Punkt beginnen, denn jeder Punkt enthält ja alle anderen, dieser Kettenglieder, aber beginnt nach der alten Tradition mit Avidia, zu deutsch nicht sehen, Unwissenheit, nicht verstehen. Das wird dargestellt durch einen blinden Mann oder eine blinde Frau, die mit ihrem Stock sich durchtastet, das ist das erste Bild da oben, das ist ein Mann, der also dann mühsam dahin geht, blind ist, mit seinem Stock und eigentlich keine Perspektive hat, wie er klar sehen kann. Und so geht es uns manchmal auch, das ist diese erste Ursache, nicht zu verstehen, nicht zu sehen, die Dinge wie sie sind, sondern wie wir sie uns vorstellen oder wie wir sie in langen Jahren des Nichtwissens Generation über Generation in uns aufgebaut haben. Und das ist die eigentliche Ursache unserer Probleme, denn Unwissenheit gleichdebende Unfähigkeit zu sehen oder zu verstehen, ist nichts da. Ich habe keine Antworten, bis auf bestimmte Glaubenssätze oder ähnliches, aber das genügt mir meistens dann nicht mehr. Das ganze Elend beginnt ja damit, dass wir nicht in der Lage sind, die Strukturen zu erkennen, die unsere Situation ausmachen. Wir sehen nicht klar genug. Und wir haben so viele Übertünchungsmöglichkeiten und verfallen in blindes Handeln, emotionales Handeln, kein Schritt zurück, nicht zum Atem gehen, nicht im Hier und Jetzt sein, sondern irgendwo landen, im Vergangenen, Zukünftigen, mit Schuldgefühlen, mit Reuegefühlen, mit Aggressionen und festhalten wollen. Und das ist Unwissenheit. Wenn er keine andere Möglichkeit sieht, ein Mensch als jeden Abend vor dem Fernseher oder vor dem Computer zu sitzen, sich dazu vielleicht noch Alkohol zuführt, macht er die leidvolle Situation in der Regel nur schlimmer, weil seine negativen Impulse noch mehr verstärkt werden, noch deutlicher werden. Und unser Geist und unser Körper, die beide zusammenspielen, zusammengehören, unsere Energie wird vergiftet. Körper und Geist oder lass uns das noch anders sagen. Weil wir nicht klar sehen können, sehr oft, entstehen natürlich bestimmte Tatabsichten und Impulse, die auch nicht von Klarheit, von guten Energien, von Klarblick erfüllt sind. Und es wird hier gezeigt auf dem Bild dann als ein Früchtesucher, der einfach rumläuft und Willenstendenzen hat, Energien hat, die aber nicht sehr klar, nicht sehr in eine Richtung einsetzt, sondern Kreis läuft oder hin und her läuft und so wie wenn ich mit meinem Segelboot eben nicht ein bestimmtes Ufer anstrebe, von Langen Argen nach rüber auf die andere Seite will vom See, sondern die Pinne loslasse, keine Richtung nehmen und wie der Wind kommt und wie ein Segel geht, dümpelt mein Boot dahin im Kreis oder irgendwo werde ich schon landen. Ähnliches passiert eben, wenn unsere Samskaras, unsere Willenstendenzen keine Ausrichtung bekommen, Früchtesucher und aus diesen Willensenergien entsteht auch Bewusstsein, das Individuelle und zugleich das kollektive Bewusstsein, dass hier gezeigt wird, wie ein Affe, der sich von Ast zu Ast schwingt in der Darstellung und das einmal dahin springt und einmal dorthin springt, wie wir gerade manipulierbar und beeinflussbar wären. Und dieses Bewusstsein, da haben wir ein eigenes Retreat drüber gehabt, sind eben jene acht Bereiche unseres Bewusstseins nach unserer Schule, nämlich den Sechs-Sinnes-Bewusstsein, wobei neben den fünf Bekannten das Denken mit dazugehört, das Mano Vidschniana, das Denkbewusstsein neben Sehbewusstsein, Riechbewusstsein, Schmeckbewusstsein, Tastbewusstsein und Hörbewusstsein kommt noch das Denkbewusstsein hinzu. Und Bewusstsein, wie ihr wisst, ist notwendig, damit ein Auge, das Sinnesobjekt, das Sinnesorgan, das Sinnesobjekt, nämlich da draußen den Bambus, zu erkennen vermag und zugleich ein Bewusstsein da ist, das mir ermöglicht, zu erkennen, was das überhaupt ist. Sonst würde das Auge eine bestimmte grüne Form sehen, hier überhaupt nicht einordnen, einzuordnen wäre. Also ich brauche immer Bewusstsein zu dem Sinnesorgan und zu dem Sinnesobjekt. Und das sind diese fünf Bewusstseinsarten, mit denen wir die Welt wahrnehmen, aber eben zugleich auch unser Gärtner, wie wir oft gesagt haben, das Mano Vidschniana, das Geistbewusstsein, das unsere Denkfähigkeit beinhaltet und möglich macht und ausdrückt. Und daneben dann das Manas, Bewusstsein, in dem sich unser Ich angesiedelt hat, das ist ein ständiger Kontakt zwischen dem Geistbewusstsein und dem Speicherbewusstsein. Im Speicherbewusstsein, aller Vidschniana, in dem alle Samen seit anfanglosen Zeiten gesammelt sind, die je nach Situation und je nach den Impulsen, die ausgedrückt werden, wie ein Schauspieler auf Stichwort, in unser Tagesbewusstsein tritt und sich da äußert. Ich möchte keinen längeren Ausflug zur Bewusstseinslehre machen, weil das ein sehr umfassender Bereich ist. Ich will nur so viel sagen, dass wir, wenn Bewusstsein nicht klar wird, wir nicht sein Zusammenspiel erkennen, wenn wir nicht genau hinschauen, was in uns passiert, was mit uns los ist, dass es dann, wie hier auf dem Bild, wie ein Affe hin und her springt und uns eigentlich sehr viel Unklares, Undeutliches vermittelt und wir ein Spielball von dem, was gerade auftaucht, von dem, was wir uns gerade vorstellen, von dem, wie wir etwas bewerten, beurteilen, ein Spielball dieses leidvollen, oft leidvollen und nicht sehr ausgerichteten Bewusstseinswerden. Und das ist der Grund, warum uns Meditation eine so große Chance bietet, durch Innehalten, durch Stoppen, Klarblick und Einsicht zu erreichen, unsere Verbindung herzustellen, zu sehen, was passiert in unserem Bewusstsein, was passiert in unserem Geist und das zu erkennen. Aber zunächst mal wird hier in dem Rat gezeigt, das geht alles durcheinander und wird nicht geklärt und zeigt uns kein deutliches Bild. Und aus diesem Bewusstsein entsteht dann die Geistkörperlichkeit, Namahupa, wie wir sagen, nämlich geistige, psychische und physische Elemente, aus denen wir uns zusammensetzen, unsere Existenz. Wir sitzen in einem Boot in dem Bild, wo wir rudern und ich habe hier auch ein Bild, das ihr nachher bekommt, wo zwei drin sitzen, der eine rudert nach vorne und der andere rudert in die andere Seite. Das ist, wenn Geist und Körper getrennt sind, wenn im gleichen Ruderboot zwei Gegenkräfte arbeiten und wir somit auf der Stelle verbleiben. Oft, oft. Und diese Geistkörperlichkeit wiederum erzeugt nach der Darstellung diese sechs Sinnesorgane, die sechs Sinnesobjekte. Es ist dann gezeigt wie ein Haus mit fünf oder sechs Fenstern, Türen und diese Sinnesorgane entstehen natürlich nur, wenn Geistkörperlichkeit da ist. Wäre das nicht da, könnten ja die sechs Sinnesorgane überhaupt nicht existieren und hätten wir die nicht, würden wir die Welt nicht wahrnehmen können und da wäre weder ein Weg zur Befreiung und zur Einsicht möglich, ohne Weltwahrnehmung, ohne die Transformationsmöglichkeit, die wir durch unseren Körper und unseren Geist haben, sondern es wäre halt gar nichts. Es wäre nichts passieren. Nur ist es so, dass wenn wir über Körper und Geist diese sechs Sinnesorgane haben und auch einsetzen, dass dann Kontakt entsteht. Denn mit der Weltwahrnehmung entsteht auch Kontakt. Das wird hier gezeigt mit einem Paar, dass sich umarmt, zwei Menschen, die sich umarmt, Kontakt entsteht durch das Sinne, die Sinnesbewusstseine. Ja, und wenn Kontakt da ist, ist auch das nächste Glied damit verzahnt, nämlich die Berührung. die Berührung vom Sinnesorgan, vom Sinnesobjekt, vom Sinnesbewusstsein. Und wenn die sich miteinander berühren, haben wir die Grundlage für unsere Gefühle. Wir nehmen etwas wahr, wir bewerten es, wir schauen das an, wir treten in Kontakt und die Berührung erzeugt das nächste Kettenglied, nämlich das Gefühl, die Emotion, die Empfindung. Sind wir schon in den nächsten Stufen oder sind wir Nein, nein, wir haben die Unwissenheit nach einigen Anmerkungen verlassen und ich versuche darzustellen, wie sich diese Kettenglieder miteinander in der Folge zeigen. Mir ist jetzt nicht klar, wie die da gelautet ist. Kann ich noch mal gerne wiederholen. Ja, also es war so, dass ich davon sprach, diese Unwissenheit und auch definiert habe, damit beginnt die Geschichte in der Regel, aber sie kann überall an jedem anderen Punkt auch beginnen, aus dieser Haltung des Nichtwissens, des Nichtsehens, des Nichtverstehens entstehen Samskaras die Willensimpulse. Und diese Willensimpulse wiederum führen zu Bewusstsein, denn wenn Willensimpulse da sind, entsteht Bewusstsein. Und ich sprach von den acht Kategorien des Bewusstseins, sehr flüchtig, um es zu erwähnen, und habe dann das Bild des Affen angezeigt mit dem Bewusstsein, das überall sich hinbewegt, aber dadurch manipulierbar wird. Darüber hinaus entsteht dann aufgrund des Bewusstseins Geistkörperlichkeit, das heißt, es manifestiert sich etwas. Konkret, Geistkörper, Namarupa, sind also unsere geistigen, psychischen, und physischen Elemente unserer jetzigen Existenz. So, jetzt sitzt man da, im Boot, und rudern auch noch unterschiedlich in uns selber, nämlich dann, wenn der Geist dort ist und der Körper ist da, und Namarupa nicht zusammenkommt, und das zeigt unsere Gäste, sondern wir irgendwo sind, mit den Gedanken, mit den Vorstellungen in der Vergangenheit, in der Zukunft, mit den Sorgen, mit den Freuden, mit den Vorstellungen, mit den Scham, mit Reue, mit Schuldzuweisung, was immer es sein mag, und da ist die Körperlichkeit, die wir oft nicht genügen, beachten, nicht durch den Körper gehen in der Meditation, nicht schauen, welche Signale gibt er uns und sendet uns. Da entsteht dann diese Zerrissenheit, die eben in dem Boot mit gegensätzlichen Bewegungen, Ruderbewegungen demonstriert wird. Und danach entsteht aufgrund von der Geistkörperlichkeit, und das ist die Voraussetzung, entstehen dann die sechs Sinnesorgane. Jene Bereiche, oder mit den Sinnesobjekten, Sinnesorgane und Sinnesbewusstsein. Also, alles das, was uns die Welt wahrnehmen lässt, da habe ich das Haus als Beispiel genommen, das hier gezeigt wird, mit die in unserem Körpergeist Kontinuum enthalten sind und die Welt wahrnehmen können, auch bewerten und einschätzen. Leider oft be- und verurteilen, anstelle Dinge so zu sehen, wie sie sind, sondern wie wir sie gern hätten oder wie wir glauben, dass sie sein müssten. Das ist dann das neue Problem, das Leidenschaft, die falschen Wahrnehmungen, die falschen Vorstellungen und nicht den Schritt zurück und sagen, ich kann mit einem Baum kommunizieren, ohne ihm gleich anzuhängen, wie er sein müsste oder wie ich glaube, dass er wäre und ihn beurteilen und bewerten und 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 und, sondern einfach nur sein Wesen, auch das einer Blume, als Ganzes zu entdecken, mich ihr zuzuwenden, ganz stille zu werden und mit ihr zu sprechen und mit jedem schönen Blatt, das jetzt vom Baum fällt, hat Taya eine wunderbare Geschichte erzählt, wie er das Blatt befragt hat, ob es jetzt sehr traurig sei, sagst du, na, das Blatt gesagt, es war schön für mich, einen ganzen Sommer mit dem Baum verbunden zu sein, er hat mich genährt, ich habe ihn genährt und jetzt falle ich tänzerisch tanzend zu Boden und werde wieder in die Erde zurück, den Baum versorgen, ein neues Blatt werden wieder da sein, nicht das gleiche, doch auch kein anderes, weil ich ja mich als Nicht-Blattelement zusammensitze. Und wenn wir also jetzt dastehen und sagen, gut, das sind die sechs Organe, mit denen wir die Welt wahrnehmen, entsteht natürlich Kontakt, ist der nächste Punkt, diesen Kontakt, der durch das Sinnesbewusstsein entsteht, nehme ich auf. Wenn ich Kontakt mit etwas habe, kommt das sechste Glied zum Tragen, die Berührung mit dem Sinnesorgan, geht gleich hin, Objekt und Bewusstsein. Und das ist die Grundlage für die Gefühle. Die werden oft mit einem Pfeil, der uns durchbohrt, dargestellt, weil sie uns auch erschüttern. Der ganze emotionale Bereich kann uns ganz schön beuteln. Und es gibt nur drei Gefühle in verschiedenen Abstufungen, Intensitäten. Positiv, heilsam, schön, negativ, unheilsam, abgelehnt, Macht und Schmerzen, Leiden und Neutrale. Und wir haben eine lange Geschichte von Instrumenten, wie wir unsere Gefühle erkennen, beobachten und dieses erkannte Erleben, das damit entsteht, sie auch transformieren und verändern. Dass wir neutrale Gefühle zu positiven Gefühlen machen. Und dass wir negative Gefühle auch zu positiven oder wenigstens neutralen Gefühlen werden. Wie mit anderen Worten aus Ablehnung und Wut Mitgefühl entstehen kann für einen Menschen. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, die ich oft ausprobiert habe. Wie ich sehe, dass dieser Mensch in seiner rücksichtslosen, brutalen und unfreundlichen gemeinen Weise oft um sich schlägt, sehr leidet, große Probleme hat, die er oft selbst nicht kennt, manchmal aber auch weiß darum und sich eine Erleichterung zu verschaffen sucht, indem er möglichst viel an andere abgibt, viel Gift versprüht, um sich auf die Weise zu retten vielleicht. Er kann es nicht, er kann es nicht, aber ich beginne dann Mitgefühl mit ihm zu haben und ihn nicht mehr als den Gegner, den ich jetzt niederkämpfen muss, ich habe ja gute Waffen, rhetorischer und anderer Art, sondern ihn verstehen lerne und mit sanften Augen ansehen kann und mein inneres Lächeln wiederfinde, meinen Gleichmut und die Akzeptanz des So-Seins von dem, das mit Mitgefühl verbunden wird. Das ist möglich und so können wir mit unseren Gefühlen und Empfindungen arbeiten. Ich könnte viele Beispiele dafür anführen, für viele Gefühle, die in uns auftauchen. Wenn wir tiefer schauen, wenn wir in die Lehre reingehen, die uns der Buddha anbietet, ist diese Transformation von Gefühlen möglich? Aber eins ist sicher, dass auch das Achtiglied entsteht, aus den Gefühlen, nämlich Begehren. Das ist hier durch einen Weintrinker demonstriert, gezeigt. Dieses Begehren, das aus einem Gefühl entsteht, nämlich etwas loszuwerden, auch das ist ja ein Begehren. Ich begehre, das endlich vom Hals zu kriegen. Oder ich begehre, es endlich zu besitzen, wäre die andere Richtung. Dieses Haben-Wollen und dieses Wegschieben Wollen. Und das Begehren geht weiter, dieser Durst, dieser Tanna, bis zur Sucht bei vielen Menschen. Und ich habe nicht umsonst über neun Süchte in dem einen Beitrag, den ich vorhin erwähnte, geschrieben, die ich alle kenne, selber kenne, in diesen mehr als 70 Jahren kennengelernt habe. Und darum weiß ich, wie dieses Begehren aussieht, wie es uns erfüllen kann, und was es bedeutet, Freiräume zu gewinnen durch lassen. Lassen. Nicht fallen lassen, loslassen. Das ist ein kleiner Unterschied. Und auch da habe ich jetzt gerade einen Beitrag gegeben, in ein Gedenkschrift oder Geburtstagsbuch für den Grünen, wie heißt er? Anselm, danke, wo ich, wo der Dr. Walter vom Herder Verlag jetzt eine schöne Broschüre rausgeben wird zu seinem 60. von vielen Politiker, aber eben auch Leute, die mit Meditation und Spiritualität zu tun haben, ihren Beitrag lieferten. Und ich bekam das Thema lassen, was mir sehr angenehm war. Und deswegen weiß ich, was es ist. Ich habe lange darüber nachgedacht, wieder, auch für mein eigenes Leben, welche Freiräume lassen gebracht hat. Weg von Begehren, von dem Durst. Denn der ist das nächste Kettenglied, die Folge ergreifen, wenn ich etwas begehre, will ich es auch ergreifen und daran haften, anhaften. Wenn ich Kontakt habe mit meinen Sinnesorganen und mit dem entsprechenden Objekt, ist dieser Durst da, ist das Ergreifen und Anhaften als nächstes da. Und das Objekt hält uns in seiner Gewalt, nicht nur beim Verliebtsein, das gilt auch für andere Situationen. In der Gewalt, wir werden fast Sklave dieser Anhaftens Energie. Und ihr wisst alle, ein spiritueller Weg ist ein Weg des Lassens, des Loslassens, um damit neue Freiräume zu bekommen. Ich kann nicht frei werden, solange ich versklavt bin. In meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen und in meiner Gier und in meinem Anhaften. Und wir müssen das früh trainieren und lernen, loslassen von Kindern, die ihr eigenes Leben leben, ob es uns gefällt oder ein nettes Leben. Nicht mehr anhaften. Wir können nicht für sie leben, wir können sie nur begleiten. Und wenn sie uns nicht einmal zur Begleitung wollen, müssen wir sehr still sein und lassen. Und dann da sein, wenn es besonders eng wird, wieder da sein. Wenn man uns prägt oder ruft, oft so ganz subtile Signale, ich merke das in der eigenen Familie. Du, wir brauchen dich jetzt. Jetzt möchten wir mit dir reden. Es ist eine Situation, die du kennst, wir nicht. Das ist eine sehr subtile Sache, die wir uns da anschauen. Loslassen, Partner loslassen, ihnen Freiräume geben, dass sie sich entwickeln können, dass sie neben uns ein wunderschöner Lebensbaum werden, nicht überstülpen, nicht zu viel Schatten drüber geben. Ich spreche aus eigener Erfahrung, wie jemand verkümmern kann, den wir lieben, weil wir ihn nicht fördern in dem, wo seine Stärken sind, wo seine Wünsche sind, wo seine Möglichkeit Schritte, gute Schritte zu machen, in eine gute Richtung, in der wir gemeinsam sehen. Aber muss ich ihn auch gehen lassen können und nicht, es gibt ja so viele Tricks, jemand einzusacken und seinen Einfluss geltend zu machen, gerade bei Partnern. Das ist ein weiterer Punkt, nicht? Ergreifen, anhaften. Und aus diesem Anhaften und Ergreifen, da ist das Bild von Sexualität dann oft gezeigt auch, entsteht dann Werden und Sein. Werden, ein Daseinsprozess, neues Werden, weil eben die biologischen Voraussetzungen in diesem Fall, bei dieser einfachen Struktur des Rades, wir werden die Komplexreform noch erkennen, weil das eben da ist, dass wenn Anhaften und Ergreifen mit der Aktion, die damit verbunden ist, entsteht, entsteht Neues Werden, Neues Sein, Daseinsprozess. Mutter und Kind wird da gezeigt, etwas entsteht, weil wir danach verlangen, dann entsteht etwas. Wohin der Geist sich neigt, das werden wir und die Situationen treffen wir. Glaubt mir, was wir im Leben begegnen, ist immer, nein immer, ist meistens das Ergebnis unserer Gedanken, unserer Intention, unserer Ausrichtung. Ich weiß genau, dass ich im Lauf des Lebens, zum Beispiel in Bezug auf Lehrer, immer den Richtigen, den Richtigen zum richtigen Zeitpunkt getroffen habe. Darin vertraue ich. Der war jetzt richtig. So wie es mal eine Zeit einer wunderbaren Zusammenarbeit mit Ayakema gab und wir das Buddha-Haus im Allgäu gekauft und gegründet haben, so wie es eine Zeit mit Nagaya-Roshi gab, wo Zen-Übung anstand und das strenge, Samurai-mäßige Sitzen im japanischen Zen war schön und war wichtig. Und so wie es eine Zeit gab, einem großen Lehrer, Lama Nagaya-Gowinda, zu begegnen und ihn in Amerika zu besuchen. Er war damals nicht mehr im Himalaya, sondern durch einen Lähmungsanfall und so in seinem Rollstuhl gebunden in Milberley bei San Francisco zu Hause. Da bin ich jedes Jahr hingegangen, solange ich es noch konnte und solange er lebte. Und da zu lernen und zu sehen in der Schaubild-Meditation im Sadanas, aber insbesondere auch Zusammenhänge zu entdecken. Der richtige Lehrer für die damalige richtige Zeit. Plus sein Stellvertreter Dr. Gottmann Erdwajavajra, der heute 85 Jahre in diesem Jahr geworden ist, am Bodensee lebt. Und dann vor 14 Jahren die Gnathan. Eine andere, ganz andere Art, dem Dharma zu begegnen und mit ihm umzugehen. Eine sanfte Art, sanft und entschlossen, liebevoll, aber diszipliniert und im Vordergrund die Praxis. Praxis, Praxis, nicht mehr Philosophie, Madhyamika, Yogacara und und und. Sanskrit versuchen zu lernen, hat nie so richtig geklappt. Trotz aller Bemühungen, sehr furchtbares Ding, da ist ja Lateiner nichts dagegen. Bali ein bisschen zu lernen, in Bild schauen zu gehen. All das war wertvoll, wichtig, aber mein Herz nach einem Herzinfarkt, weil es versteinerte allmählich, hat sich geöffnet und mit Gefühl, Karuna und der eigentliche Weg, den Versuch eines Bodhisattvas nachzugehen, Atai bewirkt, Dignathan. Das sind jetzt auch schon wieder 14 oder 15 Jahre. Und ich will damit sagen, wie dieser Daseinsprozess, was wir begegnen, wohin der Geist sich neigt, wo unsere Richtung ist, dass das dann schon da ist, was wir brauchen. Wenn wir achtsam sind, wenn wir gut hinschauen, uns nichts vormachen, sehen, ob es eine transformatorische Kraft hat oder ob es bloß wieder ein neuer Zauber ist, den wir selber erliegen und den wir uns vormachen. Und wir werden durch unser Mitgefühl, durch unsere Freude, durch unsere Stabilität, Gelassenheit entdecken, ob die ganze Kiste echt ist oder ob wir eigentlich auch wiederum nur so ein bisschen den Versuch unternehmen, durch eine neue Begegnung, ein neues Etikettel auf unsere alten Flaschen zu kleben. Ich glaube, das müssen wir jetzt langsam aus dem CD rauslassen. Nach diesem Daseinsprozess des Seins entsteht natürlich Geburt, Wiederwerden. Der Geburtsvorgang wird da gezeigt, wie ein neues Menschenwesen entsteht, um dann beim Alter, beim Verfallen und beim Tod Mann mit Leichnam letztlich zu landen und dieses Sterben hat zur Folge, dass damit die Unwissenheit noch immer nicht weg ist, keine Befreiung erreicht. Folge, es geht wieder los. Gleiche Situation, der gleiche Prozess des Daseins und das ist dieser Kreislauf in der klassischen Weise dargestellt, in der traditionellen Weise dargestellt, mit dem wir uns befassen. Der Jama hält sein Rat, der Herr des Lebens und sagt, naja, Leben ist anfanglos, Leben ist unzerstörbar, Leben ist kein Ende abzusehen. Solange Bewegung da ist und Veränderung ist Leben da. Es gibt keinen Tod. Das weiß Yama, Yaman Daka oder wir auch. Schaut euch Werden und Wieder Werden von Tai an. Eine exzellentere Begründung wie in diesem relativ neuen Buch habe ich noch nicht gelesen und danach vollzogen, wie ist das mit meiner Manifestation und je näher ich dem Punkt komme, wo diese Manifestation, diese Erscheinung, wie sie heute vor euch sitzt, nicht mehr da ist, umso klarer wird mir das, wie das zusammenhängt und so geht das Rad wieder weiter und denkt daran, wo ein Glied ist, bevor wir daran denken, unterbreche ich kurz für eine Glocke und für deine Möglichkeit, die Kassette zu wechseln. Dann haben wir den Prozess Geburt, Leben, Altern, Sterben, Geboren werden, Leben, Altern, Sterben. Reicht es, bis wir genug davon haben? Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Und das war die Motivation von Buddha. Und seinen Weg zu zeigen, durch eigene Erfahrung und durch eigene Bemühung. Wie komme ich raus? Wie kann ich denn eine dieser Ketten aufbrechen, transformieren, verändern und damit alle diesen ganzen Kreis des bedingten Entstehens in Abhängigkeit und Wechselwirkung eine neue Qualität geben. Ein Weg zur Freiheit hin. Das ist seine Botschaft. Nichts anderes. Mehr wollte er nicht. Als uns seine Erfahrung, und er hat ja eine Weile gezögert, dies weiterzugeben, uns seine Erfahrung mitzuteilen, zu lehren, über 40 Jahre, eine Sangha um sich zu sammeln, die dies weitergibt. Und wo er sagt, ich brauche keine Nachfolger, hört auf die Lehre, schaut dahin, was ich euch gesagt habe, und dann seid euer selbst, eure Insel, geht euren Weg. Und ihr werdet die gleiche Freiheit erfahren, die gleiche Vollendung, als vollendeter, als ganzer Mensch. Dies erreichen, wenn ihr meine Empfehlungen aufnehmt, sie umsetzt, selbst ausprobiert, zu deutsch, der Praxis nachgeht. Und denkt dran, wo ein Glied ist, von der Kette, sind auch alle anderen vorhanden. Und jedes Glied, ganz gleiche, was sie nehmen, Gefühle, Empfindung, Kontakt, Begehren, Ergreifen, enthält auch die anderen mit. Es ist also keine sozusagen Automatik, die genau diesen Ablauf hat, sondern jedes ist mit jedem verbunden, es ist ein richtiges Netzwerk. Ein Netzwerk, das habe ich irgendwo aufgezeichnet, das habe ich jetzt oben, das zeige ich euch morgen, wo ihr seht, wie diese Verwobenheit aussieht, wenn ich jedes dieser zwölf Glieder mit jedem der anderen elf verbinde. Das ist klasse. Und bringt uns vielleicht, wenn wir unser eigenes Leben unter diesem Aspekt anschauen, einen Schritt weiter. Das ist möglich. Ich habe ein Lebensrat jetzt mitgebracht und davon habe ich 20 Kopien gemacht, ihr könnt ihr dann immer zu zweit euch das angucken, das ist die gleiche, ob gelb oder weiß, das spielt keine Rolle. Das auch aus dem tibetischen Stand, aber von einem unserer Sangha-Freunde sozusagen in die heutige Zeit weg von der tibetischen klassischen Darstellung neu gezeichnet worden ist. Wir haben das auch vor einigen Jahren, ich glaube im Jahr 2000 im Intersein mal veröffentlicht, als wir dieses Thema zum Anlass nahmen, darüber ein Heft rauszubringen. Und ihr könnt dann hier erkennen, wenn ihr euch das dann anschauen werdet, ich gebe es gleich aus zum Schluss meiner Betrachtung, wie es auch wieder mit dem Mann, mit dem Stock, dem Blinden beginnt und dann der nächste Step und nun könnt ihr euch die Notizen, falls ihr welche gemacht habt, wenn nicht, dann müsst ihr es euch wieder neu ausdenken, sehen, wie der da vor dem Computer sitzt und wie der Affe in den Bäumen hängt, wie also das entsteht, diese Kette, wie die zwei im Boot sitzen und gegenseitig rudern mit verschiedener Richtung, wie die Sinnesorgane, Ohr, Hand, Nase, Auge und Hirndenken dargestellt wird, wie der Tangotanz für sehr schön, zwei Tangotänzer drauf, hier bestimmte Empfindungen erzeugt werden und wie ein Verliebter dann happy dasteht und einfach nur noch strahlt und bemerkt und zwei, die den Apfel der Erkenntnis sozusagen dann runterholen und die schwangere Frau und die Geburt im Kreißsaal und das Werden und Vergehen des Altern vom Bub über den Erwachsenen zum alten Menschen, wie also das sozusagen in unserer Sprache und unserer Modernität gezeigt wird. Das Äußere, der Äußere Ring ist dann so mehr, aber auch modern gezeichnet, die klassische Form, wo also die Unwissenheit, der steht da auf dem Berggipfel, guckt rum und weiß eigentlich nichts, was los ist und dann hier eine Herde und dann die zwei im Kajak drin und das Haus mit den fünf Fenstern, sechs, ne, fünf Fenstern und der Tür und Auge und alle jene Aspekte, die ich gerade erläutert habe, bis hin zum Wiederwerben in diesem Meditationskreis, ist also eine neue Form der Darstellung dieses Lebensrate. Und zur Vertiefung dieser Betrachtung, die ich jetzt heute Vormittag angestellt habe, möge dies Rat auch noch dienen, damit ihr euch noch mal mit eurer eigenen Situation ein wenig vertraut machen könnt und sehen, wie das da auch bei euch funktioniert und wie das in eurem Alltag Einfluss hat. Was passiert da? Wo bin ich jetzt gerade? An welchem Punkt? Werde ich genau definieren? Und werde auch feststellen, wenn ich an dem Punkt C, D, E bin, was das zur Folge hat. Folgen kann ich erkennen. Und es wird dann darum gehen, zu sehen, wie können wir diese Erkenntnis zur Veränderung nutzen. Aber zunächst bei einer Analyse muss mir klar werden, wie dieses Lebenskreislauf, dieser Daseinsprozess funktioniert, um dann die Erkenntnis zu bekommen, was ich in meinem Leben, wo ich ansetze, wo ich etwas verändere, im Wissen darum, dass ich damit auch die anderen Glieder verändern kann oder schon verändere. Denn in dem einen sind ja die anderen enthalten. Das ist wie mit den fünf Achtsamkeitsübungen. Wenn ich eine gut umsetze und in der Praxis weiß, wie ich damit umgehen kann, ändere ich auch die anderen vier. Mein Konsumverhalten wird anders, wenn auch meine Kommunikation, meine Rede anders wird. Und wenn ich anfange, das Leben zu schätzen und in allem die Freude des Daseins, der Manifestation zu sehen und nicht mehr bewertet, das ist unwichtig und das ist wichtig und das Magie und das Magie nett, wenn das sich ändert, verändert sich auch dann mein Mitgefühl, mein Dana, meine Hilfsbereitschaft, das Zweite, nämlich Zeit, Energie und so zur Verfügung zu stellen, ändert sich dann auch. Und mein Sexualverhalten ebenso, meine Verantwortung für mich und den anderen Menschen, nichts zu verlangen, was er nicht bereit ist, mir freiwillig anzubieten, keine subtile Macht und Erpressung einzusetzen, um Partner in eine bestimmte Richtung zu manipulieren, zu meiner eigenen Freude und meinen eigenen Wünschen hin oder gar sehr zerstörerisch aufzutreten, in dritte und vierte in Mitleidenschaft gezogen werden durch mein etwas unverantwortliches Verhalten. Das sind alles Dinge, die dann auftauchen und wo ein Punkt alle anderen auch verändern und das ist das Schöne. Darum sollten wir immer, egal ob beim Lebensprozess hier oder bei den fünf Übungen der Achtsamkeit, die ja oben auch aufliegen, wer sie noch nicht kennt, hinter der Eingangstür da, auch die 14 unseres Ordens, die eine ganze programmatische Aussage haben, das zu prüfen, wo stehe ich und wo kann ich bei mir jetzt gerade anpacken, was steht bei mir an und das erkennen und dann eines dieser zwölf Glieder anpacken oder was sehr Folgen hat, sehr heilsame Folgen oder eines der fünf Übungen mal zentral in meine Praxis zu stellen im Alltag und sehen, wie geht es mir damit, wie kann ich das, ich will es ja, das ist die Voraussetzung, mich freiwillig bereit erklären, ja, das ist meine Richtung und dann was daran zu tun. Es gibt ja eine buddhistische Genesis und das sei der Abschluss meiner heutigen Betrachtung, eine Genesis, eine Schöpfungsgeschichte und die haben wir heute früh schon mal kurz gehört im mittleren Weg. Das eine enthält alles. Das ist eine immense Aussage. Das eine enthält immer alles. Wie da auch. Und alles enthält das eine. Alles ist in uns und wir sind überall. Und das ist Tiefenökologie. Und das müssen wir uns tief einprägen und sehen, stimmt das auch. Und das können wir in Erfahrung bringen. Dies ist, nächster Satz, weil jenes ist und dies ist nicht, weil jenes nicht ist. Das sind die Abhängigkeiten, die Bedingungen, die ständig da sein müssen, dass etwas ist oder nicht ist. Dies ist so, wie es ist, weil jenes so ist, wie es ist. Mein berühmtes Eiweih. Es ist, wie es ist. Und ich kann mich verändern. Dann wird es anders. Immer negativer oder immer heilsamer und freudvoller. Und das ist möglich. Die Veränderung aber findet bei mir statt. Nicht in der Welt. Da ist es wurscht. Bei mir findet Veränderung und damit neue Weltsicht statt. Nur da. Und ich kann auch keinen anderen verändern. Ich kann ihn annehmen, so wie er ist und ich kann ein bisschen was vorleben, wenn ich mag. Ob er das überhaupt sieht, was man mal dahingestellt. Ich kann ihm ein Geschenk machen. Meiner Freude, meines Mitgefühls, meiner Zuneigung, meiner Liebe. Liebe, aber vielleicht sieht er das Geschenk gar nicht. Dann habe ich es getan. Das war meine Aktion und ich habe die Hand ausgestreckt. Und wenn er sie nicht nimmt, auch recht. Nicht dann traurig sein, nicht dann beleidigt sein, nicht sagen, du hast ja gar keinen Wert, ich mache keine Bemühungen mehr. Nein, weitergehen, weitermachen. Und auch unser Leben, wie wir es einem anderen zeigen und wie wir uns durch Praxis verändern, klarer sehen lernen, mitfühlender, tiefer, verändern wir uns. Nicht den anderen. Den können wir nur akzeptieren lernen, so wie er ist. Im Wissen darum, dass er sich auch verändert, entweder bewusst durch Bemühen oder weil sowieso Veränderung ständig stattfindet. Aber wenn er nichts dran tut, nur dann unkontrolliert, ohne Richtung, dann baddelt der Halt im Kreis. Hier. Und Jama dreht. Das ist auch möglich. Dies ist nicht, weil jenes nicht ist. Dies ist, weil jenes. Das gleiche gilt für Entstehen. Dies entsteht, weil jenes entsteht. Sonst ist es nicht möglich. Und dies vergeht, weil jenes vergeht. Wunderschönes Beispiel von Tai mit der Flamme. Er sagt, eine Flamme ist eine Manifestation, die entsteht, wenn die Bedingungen da sind. Nämlich ein Streichholz, Schwefelköpfchen, Reibungsfläche und meine Handbewegung. Wenn das zusammenkommt, sind die Bedingungen vorhanden, wenn es nicht abbricht, dass eine Flamme entsteht. Und die ist dann manifest. So. Sind die Bedingungen nicht mehr vorhanden, weil beispielsweise das Hölzle abgebrannt ist, zu Asche wurde, dann sind die Bedingungen für die Flamme nicht mehr da. sie ist nicht mehr da. Die Bedingungen fehlen. Aber, das bedeutet nicht, dass die Flamme verschwunden ist. Eine interessante Frage, wo ist die Flamme? Und sie wird sich manifestieren, wenn die Bedingungen wieder vorhanden sind. Ein Mensch stirbt, wo ist der Mensch? Wo ist sein geistiges Potenzial? Wo der Körper hingeht, wissen wir. Große Verwandlung. Sei es Asche, wenn er verbrannt wird, sei es, dass er langsam zerfällt in der Erde, wenn er in ein Krematorium kommt, die Hitze, die entsteht, ins Weltall geht, die Asche, die entsteht, Neues entstehen lässt. Das ist klar. Sein geistiges Potenzial, nämlich die Taten, das vergeht nicht. Es ist nicht zerstörbar, sondern es muss sich ausarbeiten sozusagen. Das muss ablaufen, diese Energie, diese Kraft. Und wird sich manifestieren, wenn die Bedingungen dafür da sind, ist auch das wieder da. Und was bedeutet Karma? Karma bedeutet die Tat, das Tun. Immer im Hier und Jetzt entsteht es ständig und hat seine Konsequenzen. Und damit ist nicht nur die Handlung gemeint, sondern auch die Kommunikation, die Rede und auch die Gedanken. Kein Gedanke geht verloren. Er beeinflusst unser Netz, unser geistiges Feld. Nicht nur das Menschliche, aber insbesondere auch das. Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung hat karmische Wirkungen. Sofort! Ob die Auswirkung, wir werden morgen über Ursache und Wirkung nochmal genauer hinschauen und sehen, wie eine Ursache sich ja immer, immer auch die Wirkung von etwas anderem in sich trägt. Und jede Wirkung ist die Ursache für etwas anderes. Schon drinnen enthalten. Ursache und Wirkung sind intera, sind miteinander verbunden. Beides geschieht gleichzeitig. Und keiner soll glauben, dass er Ursachen setzen kann, wo dann die Wirkung nicht entsteht. Keiner soll glauben, dass mit der Ursache nicht zugleich auch Wirkung da ist. Und jede Wirkung, die wir erleben, setzt neue Ursachen. Nämlich mit der Frage, wie gehe ich damit um? Wenn ich etwas Schweres erlebe, frage ich mich nicht mehr. Sei es eine schwere Krankheit, die ich kenne, sei es ein Verlust eines Menschen, den ich kenne und liebe. Egal, was es ist, frage ich heute nicht mehr. Ja, warum mir? Und warum das? Und warum so viel Elend? Und warum so viel Druck und Leid? Sondern ich frage mich ständig, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich damit um? Hier erlebe ich Wirkungen, deren Ursachen ich oft, meistens nicht feststellen kann. Manchmal ja, da sehe ich genau, warum mir dies oder jenes widerfährt. Ich erkenne das. Aber das sage ich nur ganz still zu mir selber. Das brauche ich nicht im Beichtstuhl sagen. Nicht mehr, wie früher mal. Guter Katholik. Nein, ich sehe die Ursachen, die ich gesetzt habe und jetzt zur Wirkung komme. Und meine Frage lautet, wie gehe ich jetzt damit um? Weil ich weiß, dass dieser Umgang mit dem, was gerade mir widerfährt, neue Ursachen setzt. Wieder neue Ursachen. Und diese Verbindung ist nicht zu lösen. Das ist, das karmische Gesetz ist nicht aufhebbar. Buddhistisch im Kontext. Und Karma ist nicht etwas, das wir einfach hinnehmen und sagen, ja, das ist halt mein Karma und meint damit sein Schicksal. Und das kann ich halt auch nichts machen. Das ist so. Wir wollen also nicht diesen manchmal in Indien vorzufindenden Grundsatz nehmen, sondern einfach sehen, dass alles, was wir jetzt und heute denken, reden und tun, mit großer Achtsamkeit, und das ist der Schlüssel, geschehen soll. Weil wenn wir das nicht einsetzen, wir einfach neue Ursachen setzen, die ihre Wirkungen haben. und das können wir nicht vermeiden. Und die gehen weit über diese jetzige Manifestation, die jetzige Form der Erscheinung meines Lebens hinaus. Und wenn Leben unzerstörbar ist, sind diese Energien natürlich in dem Leben drin. Und so kann ich diesen Kreislauf, den Prozess des Werdens und Wiederwerdens verändern, durch meine Veränderung jene Kettenglieder zerbrechen, sie ihnen neue Qualitäten dafür setzen, indem ich das Rad des Lebens nicht mehr durch Avidya antreiben lasse, durch Nichtwissen, um wieder den klassischen Anfang zu nehmen, sondern durch Vidya, durch Wissen, durch tiefes Schauen, durch meine Übung, durch meine Erkenntnis, mit den Instrumenten, die seit zweieinhalb tausend Jahren sich bewährt haben. Wir werden das morgen weiter und werden noch ein paar Mal um das Rad gehen, bis uns deutlich wird, worauf sollten wir achten. Was können wir tun? Und ich hoffe, dass wenn wir morgen Nachmittag unseren Gesprächskreis zusammen haben, ihr so viel Stoff von heute und morgen eingesammelt haben, zunächst, denn es zu überdenken gilt, damit wir damit in ein Gespräch gehen können, um das eine oder andere deutlicher zu machen, vielleicht klarer zu machen, was ich in meiner unvollkommenen Rede heute ausgedrückt habe. Das freut mich, wenn es geschieht und wenn wir ein neues Verhältnis zur Kette des bedingten Entstehens in wechselseitiger Abhängigkeit bekommen. Vielen Dank.